Ein Positivpreis, der Julia and Winston Award. Der Preis geht an den Mann, der eine globale Großinquisition aufgedeckt hat, an Edward Snowden. Wir dotieren den Preis mit einer Million. Eine Million Aufgräber. Wir wollen, dass die überall in Deutschland auftauchen. Auf Briefkästen, auf Autos, an Schaufensterscheiben, an den Türen zu Läden. Wo immer man einen Aufgräber hinkleben kann, sagen Sie es weiter, machen Sie Werbung dafür, bringt es in den Blogs, twittert es, wir stehen hier. Wir haben etwas Wahnsinniges geplant. Wir haben gesagt, wir drucken und versenden kostenlos eine Million Aufkleber. Die Menschen haben eine Million Aufkleber bei uns bestellt. Wir haben hier getütelt, wie die Wahnsinnigen, mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern, dass das überhaupt gelungen ist. Macht mich stolz und glücklich und sagt, wir haben tolle Leute hier. Eine Million Aufkleber sind jetzt ausgeschickt und kostenlos versendet. Man kann sie auch weiter bei uns bestellen. Wir werden dann allerdings ein bisschen Geld dafür nehmen, weil das schaffen wir einfach nicht mehr finanziell, so viel kostenlos rauszuschicken. Und es wäre gut, wenn Sie die weiter bestellen und auch weiterkleben, denn noch ist Edward Snowden nicht in Deutschland. Noch hat er kein Asyl, noch hat er keinen sicheren Aufenthalt hier. Die Aufkleber waren teuer zu drucken, das Porto war noch teurer. Es wäre toll, wenn Sie diese Aktion noch unterstützen würden. Wenn Sie vielleicht spenden oder noch schöner uns dauerhaft unterstützen, werden Sie doch einfach Fördermitglied bei uns. Dann können Sie diese und andere Aktionen, die wir noch machen werden, als Fördermitglied mit unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.